Jetzt muss ich noch Bänke und Tische errichten für den Kiertag aber losse ich ihn auch hinter warte mal hab ich einen Schlüssel hab ich einen Schlüssel Schlüssel hab ich nicht aber ich rufe mal den Seppler und vielleicht hat der den Schlüssel geht ihm los da Ah, grüßte Seppl du hast du den Schlüssel gesehen für die Hütte? Ach, hast du auch nicht gesehen du kannst du ihn auch suchen ich habe schon einen Sonnestermin na, geht, kann ich nicht sagen hab ich schon ein halbes Jahr aber kannst du ihn du suchen? ja passt ja passt, also dann, ich komm dann später noch ja passt passt, bitte so ich geh jetzt zu meinem Sonnestermin ja, da ist ein Kiegel auch nicht also irgendwie bei der Kirche liegt da auch nicht so äh, grüßte Marco ja grüßte Seppl, was geht denn? du hübsch doch mal suchen du hübsch doch mal suchen wegen Schlüssel für die Hütte du gehst da lang ich geh da lang passt ja passt mach ma ist eh leer Ja, gehst du und auf, wie ich jetzt und auf, wird ans Trinken. Jetzt irgendwie bin ich, der Schleuder. Ich weiß auch nicht. Wer liegt da jetzt? Den Schlüssel empfiehlt doch nicht. Auf und weg! Weg! Alter! Ach, das war eine Scheiße beim Sohn halt. Sonst sind wir nicht in den Schlüssel gekommen. Moment, was soll ich denn noch? Ach, schau! Schau mal an! In den Schlüssel! Und den Trottel suchen die nicht. Ja, mit dem kann man's machen auch, gell? Jetzt haben wir die Hütte abgesperrt. St ressort! So, das ist der Laser-Kir-Tag dieses Jahr. Hoffentlich kommt es einmal vorbei. Am Samstag, den 24.08.2019 findet um 21 Uhr Tanz und Unterhaltung mit Xtreme statt. Das ist die Band, bekannt aus den Ö3-Sharts und Eintritt ist 6 Euro, aber ein gratis Shuttlebus haben wir auch, also von dem her hinkommst du immer, gleich zurück ist immer das Problem an solche Feste. Dann haben wir Sonntag am 25.08.2019. Am 8.00 Uhr haben wir eine heilige Messe mit Prozession, ein schöner Hatschel mit dem ganzen Dorf um die Kirche rum. Am 8.00 Uhr ist Frühschoppen mit der ADK Kötschach, also da saufen wir uns einfach nieder. Und am 10.30 Uhr ist Kindergroßlauf, da können die Kleinen ein bisschen rumhatscheln, nicht in Felder und ein bisschen ihr Bestes geben. Und um 13.00 Uhr ist Tanz und Unterhaltung mit den jungen Teesäern. So, ich freue mich auf, dass es kommt. Ich bin Ado und Vierter.